Und willkommen zurück zu Sonic Unlicht. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, ich hab den ganzen Sprung echt mal geschafft. Und ja, ich hab wohl noch ein Leben verloren. Ich weiß, ich weiß, was ihr denkt. Ich bin ein Versager. Das ist mir aber so scheißegal. Ey, das hat mich so abgefuckt, ne. Das ist aber wieder auch die selbe Stelle mit diesen scheiß Steinen, ganz ehrlich. Das fangt mich so ab, diese Stelle. Ekelhaft sag ich da nur, ekelhaft. Und ja, ich glaube, ich hab Schuhen auch, äh, schlimme Erinnerungen, wenn ich ehrlich bin. So richtig schlimm. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, wo ich auch wirklich game overgegangen bin, oder? Jetzt mal, so gesagt. Man, come on. Ach so, ob ich da hinten nicht kann. Ich glaube, ich überleg mir auch mal, ob ich... Ob ich schlichte, um es safe zu jetzt arbeiten, oder nur spiele. Mit unseren späteren Passagen. Ah, das sieht ja richtig haarig aus. Von nah an. Das ist schon auffällig, du. Zwei Wege? Hm. 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 Ah, war mir klar. Oh, come on. Was? Wurde ihn noch packen. Leck mich doch. Kann ich den packen? Als ob. So, ob ich den packen kann. The fuck. LOL. Was? Ich hab einen übersprungenen Frame? Oh, come on. Nein, oder? Oh, please not. Wenn ja, dann sorry, weil es es geleckt hat, ne? Teil übersprungenen Frames. Müsst mich verarschen. Meine CPU ist ausgelastet? Einen scheißernst? Sorry, wenn sie es geleckt hat, sorry, ne? Ich glaube, es ist ja auch Zeit hier. Richtig? Ah, doch. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt muss ich mir jetzt zurücklaufen, nach hoch gehen und dann da Akubatik machen. Ah, okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, aber unbedingt war das Level schon recht kurz, nur diese scheiß Passage war ekelhaft. Wenn man es so nimmt. Das habe ich ja draus ist ja easy. Einfach einig gedrückt halten und war springen und fertig. 10 Minuten 13 habe ich gebraucht. Ah. Das Bullshit, ja, aber ich auch gestorben bin. B. Wow. Nur eine Medaille. Anni? Anni? Oh, Anni schwule erhöht. Ich habe gar nicht, Anni schwule erhöht. Ich habe gar nicht, Anni schwule zu sein als zu benutzen, ne? Oh. 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 Go. Ich bin glockbar. Junge der Konrad war noch noch geben der Drachen Wasserfall Prozent ich erinnere mich dunkel da Hilfe der wasserfall ja 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 ich erinnere mich an das level war beschissen diese fails hier nicht mich erinnere nein ich will nicht es sind so viele fails die wo ich immer gehabt habe mein alten display gott bitte nicht lief dort jetzt wir kommen wie du siehst du ja nicht schon zweicher selber aber ich glaube damals wurde das spiel playt aber war das schon kann man sehen dass ich glaube ich dringend auf diese gerade bei mir war hat das ist das was hat elf oder ich bin eigentlich gut dabei was das angeht aber ich dachte ich länger brauchen weil es zwar nicht ich schätze so tätig ich habe ich habe mich besser zu tun als um halb drei morgens sonic aufzunehmen das war nicht nur bei dem spiel weiß ich gar nicht wenn ich ehrlich bin ja da sollte ich rüber rennen vielleicht eine idee oder sonic oh mein gott sonic um so scheiße zu kontrollieren kannst du mir mal sagen bitte wo führt der dich hin zum secret sieht so aus oh mein gott ist es ein secret hier oh lol oh lol okay das wusste ich jetzt nicht nur mein gott blind jumps hey ich liebe es jetzt einmal verkacken dann darf ich das ganze wieder voll spielen nur mal so gesagt ne und jetzt habe ich den ganzen wasserfall hin hinauf klettert und ihr glaubt nicht wie oft man da runter fallen kann oft oft man da runter fallen kann oft man da runter fallen kann scheiße gedrückt ey scheiße gedrückt ey ey das ist doch nicht wahr man ey ich drück die scheiß Taste und der schwule Sonic reagiert nicht aber warum mussten die schulen level so scheiße sein ganz ehrlich gib mir lieber die Speed Label nie ne 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 ich hab dies gesagt die Speed Label sind genauso behindert na gut halt so dann darf ich die ganze Level wieder von vorne spielen gut ist nicht weit gekommen gut ist noch nicht wo weit gekommen das Spiel also zu einem Level gott was scheiße ey oh oh ich wüsste ich gerade wie sehr mich das abfuckt wie sehr mich das gerade so abfuckt ich denke so alles klar ich denke so alles klar und voila ich sehe den Durchsprecher zwei mal nach vorne mit der schneller rennt und dann regiert er nicht mal du bist doch so behindert ey oh man sorry Leute wenn ich gerade ein bisschen angepisst bin ne aber das ist doch unfassbar das ist doch unfassbar ne das ist doch einfach unfassbar ne die scheiße auf dem Gegner noch da hinten ist ne ohne Spaß auf den kacke ich jetzt wieso kann ich einfach hier nicht da wieso kann ich einfach hier nicht da das war nicht danke dass du mal das tue was ich dir sage ich hoffe nur das Level jetzt benden ey ich hoffe nur das Level jetzt benden ey oh man genau auf das reagiert er ne ich werde jetzt mal ganz hoch warten warten nicht zuvor ich sei Sonic jetzt und jetzt springen wir ab so ganz in ruhe oh mein gott ich habe gescheatet ich habe mein handy ganz vibriert nein ja jetzt habe ich den ganzen scheiß da hochklettern da oben ist das ziel glaube ich ich hoffe es der hoch zu kommen ist so ekelhaft ist so ekelhaft wie wüsste ich wie oft ich da runtergefallen damals hier wüsste es nicht wie oft ich da scheiß verdammte mal runtergefallen bin hier renne ich jetzt extra nicht ich bin ja nicht runterfallen zu was aber ich wasserfall bin ich tot was das für Sonic wie Lava wenn der einmal drin ist dann ist Ende in dem Gelände ok Anlauf eh Sonic so dass ich drauf gehen soll es sich zerstören ja jetzt kommt der spaß nein soll es hoch soll es nicht da hin und her laufen die schule hatten stabil auch wenn ich ehrlich bin mutter muss sagen heute hat auch mal das film auch wieder mal spaß gemacht nicht ehrlich bin aber ich bin jetzt hier abgefragt hat das bürsten wird also beziehungsweise man hatte pvr man hat sie mit blöder die faxen gemacht hat doch schon okay okay ist das ist gut gerade der karton box es läuft gut ist nur nicht überstürzen jetzt nur nichts überstürzen ganz ruhig ganz sachte schön langsam waschen voran tasten ohne probleme dann wird doch nichts passieren oder sie bevor wir jetzt rüber gerannt da oben geht es ja noch weiter sehe ich gerade auch nö oh wow nö oh mein gott ich habe gerade gesehen ich in die falsche richtung geschaut habe oh mein gott wie habe ich mich da jetzt raus gerettet wie habe ich mich da jetzt raus gerettet gerettet ja ich weiß mit dem fast dann kann ich das feuer löschen ich weiß jeder blinde ob ich mich da raus gerettet habe ich what the fuck alter diga jetzt kommt ja kämpfe noch einander zu sein irgendwo das ziel glaube ich will ich weiß jetzt bloß nicht sterben alter wenn ich jetzt hier unterfalle ist alles vorbei wenn man noch gut zusammen ist echt gut ich habe die meisten punkte ja nicht voll aufgelassen weil ich habe noch nicht das level bänden wollte oh mein gott nicht dahin ein paar punkten noch was irgendwas noch nein okay ich habe komisch dass dieses spiel auch keine one-ups gibt schon seltsam oder ich bin zu blöd welche zu finden ich weiß nicht so level beendet ja okay aber was okay 2220 und die gesundheit wird ja man nicht ich hoffe noch nach der wunderschönen mit nachher bekommen wenn es speichert machen spiel vorzessen nächsten paar Leute genug für heute